hallo und willkommen zu einem neuen video von der beta also quasi ein beta beat falls ihr im hintergrund meinen sohn hört der so möchte ins bett hat kein mittagsschlaf gehabt und hat ein paar probleme mit einer gewissen aggressivität die sich aus einer gewissen müdigkeit ergeben wir schlagen ihn nicht er ist gerade einfach scheiße drauf so nachdem der ninja tower heute schon nicht funktioniert hat habe ich gedacht komm kaufe ich mich ein allerdings dann wurden mir schon die bilder der neuen helden vom krieg der königreiche zugespielt die sind bei mir im lion chat die sind allerdings noch zu neu um das ist zu riskant mir zu riskant sie zu posten die werden sicherlich auch schon bei facebook gepostet sein wer sie noch nicht gesehen hat und sie sehen will die bilder einfach bei mir im lion chat anfragen ich füge hinzu line id steht unter dem video wie ich schon angekündigt hatte wird es massig neue helden 2022 geben bis auf drei negative stimmen fanden die meisten die herangehensweise wie ich das gelöst habe und wie ich es übersetzt habe gut und ehrlich ich kann und das ist auch eine gefahr für meinen channel obwohl ich und da bin ich stolz drauf aktuell relativ wenig investiere habe ich doch einen recht erfolgreichen youtube kanal für dieses spiel mit über 1000 abonnenten bin ich aktuell der zweiterfolgreichste von denen die relativ viele videos oder häufiger videos rausbringen das heißt ich muss mir schon raussuchen wo ich beschwöre oder nicht wo die boni gut sind oder nicht und eigentlich hatte ich vor erst bei der season 5 zu beschwören beziehungsweise wenn da der lila held raus ist mit killen sehr schnell und wenn jemanden killt 100 prozent mana wieder bekommen der wird einfach der hammer werden dass der haus da werden leute haus hof alles verkaufen diesen helden zu bekommen mehrfach der wird notwendig sein um einfach mit anderen helden zusammen mit einem die death down und ein paar fertigen mana trinken durch die events durch zu rushen anders wird das nicht ablaufen ok kommen wir zum krieg der drei königreiche familienbonus für ein zwei oder drei helden 5 7 oder 10 prozent mana jedes mal wenn ein minion für den helden beschworen wird das ist richtig krass nehmen wir mal an das ist ein held und der bonus zählt ab einem helden steht da oben in einem team mit krampus mutter nord in der freya oder im minion krieg der ist sehr sehr schnell geladen da kommen furchterregende schnelle sachen zusammen aber das ist es ja noch nicht man wird auch noch für 25 35 50 geheilt jedes mal wenn ein minion für den helden gespawnt wird das ist nicht so viel allerdings von oreos dessen spezialfähigkeit ja war jedes mal wenn ein minion stirbt bekommt er 50 lebenspunkte muss ich sagen dass ich das sehr lieb gewonnen habe diese fähigkeit in mir auch schon ein oder zwei matches das leben gerettet hat weil er halt immer wieder die minions zerstört bekommen hat und dann natürlich geheilt hat das heißt der bonus ist erstmal richtig krass und vor allen dingen nicht manner generation regeneration sondern fertiges mana das ist ein richtig guter bonus kommt natürlich auch auf das set an wie man spielt etc mit diesem set wird viscario aus dem letzten monat natürlich besser werden und andere anti minion helden wieder und dann ist die frage ob man nicht doch 20 minions für scully investiert wenn der seelentausch kommt kommt darauf an wie sich die meta entwickelt und diese helden ankommen und generell sind der bonus ist auf jeden fall schon mal richtig gut ihr seht dass wir haben insgesamt drei acht fünfer und ein paar vierer und ich glaube drei dreier gleich vorweg ich habe mich in ein vierer verliebt der in weiten teilen oft gullim brusti bis auf ein oder zwei modi verdrängen wird gucken wir mal drauf lubu generell das ist beta ich gehe davon aus dass sich da nicht mehr allzu viel verändern wird in einem monat kommt das schon raus es kann sein dass sich was verändert beim ersten durchgucken habe ich jetzt nicht so die hammer sachen gefunden wo ich sage da muss unbedingt was geändert werden sie passen in diesen aktuellen tonus was an helden rauskommt mit den werten und dementsprechend muss man damit leben er ist er oder sie ist barbar ne er ist barbar attacke im vergleich zu den anderen helden die zukünftig rauskommen und hitter sind etc haben die alle über 800 angriff verteidigung auch 800 lebenspunkt ist relativ hoch muss man sagen die verteidigung auch deswegen würde ich schon mal sagen ist das eher was für die verteidigung gucken wir barbar lila langsam 295 auf alle gegner und er beschwört ein fiend für alle gegner ja der macht schaden 48 prozent das ist nicht so viel am ende kommen da halt 60 schaden pro runde rum ja er absorbiert 32 prozent ja ist ok krass das ziel des fiends ist immun gegen neue buffs solange der fiend da ist das ist ziemlich cool insgesamt natürlich schlechter als elizabeth mana regeneration runter und vor allen dingen auf mittel das ganze auf langsam macht die natürlich gut im rush ja cool aber ansonsten auch die fähigkeit ist cool ich bin mir nicht sicher ob ich ihn haben wollen würde einfach weil er langsam ist weiblich fast 800 angriff fast 790 verteidigung hohe lebenspunkte schnell auch purple ein heiler 35 prozent heilung und er beschwört ein minion zusätzlich mit lebenspunkten 15 prozent nebenspunkt 19 prozent angriff und jedes mal wenn der minion trifft raubt er einen bach vom gegner und gibt ihn alter schwede also sie beschwört minions die fünf eigenen leute kriegen jeweils ein buff minion und das kann die gegnerischen bach klauen und das auf schnell das ist richtig krass gut heilung und anstatt den gegner zu dispellen die mindens die am ende drauf hauen dann ein buff klauen das ist schon eine ganze menge zumal wenn man mal überlegt was wir ja alles aktuell an buffs haben wir haben eigentlich mehr deathdown mit moral und frick aber immerhin gibt es hier und da immer noch welche mit attack abdaten krampus torns ohne ende also da muss ich sagen kann es sogar sein dass man schon vorher vor der season 5 von dem lila helden all in geht fakt ist dass die letzten male lila wirklich gut davon gekommen ist die letzten lila helden waren fast überwiegend gut wenn es nicht gerade der held des monats war dementsprechend sie definitiv ciao ciao kau kau keine ahnung wie der heißt man 890 angriff verteidigung 803 lebenspunkte 14 25 schurke langsam 250 prozent auf alles er beschwört soldaten für jeden verbündeten 14 lebenspunkt 20 prozent angriff jeder hit von diesem soldat entzaubert alle entzauberen zauberbaren buffs vom ziel extra schaden gegen feuer gut den extra schaden gegen feuer kann ich mir sparen weil sind wir mal ehrlich im vergleich zum ich klaue dem gegner einen buff oder ich nehme ihm alle buffs runter muss ich ganz klar sagen es gibt ja auch helden die kombinierbar sind mit alle helden die einen minion spawnen können spawnen einen minion sind hier furchtbare sachen möglich mit dem vorigen gegner wenn ich einfach zwei buffs klaue oder einen buff pro runde weg nehme in kombination muss ich sagen hätte ich lieber klauen als runternehmen schung yang ach ich versuche gar nicht die auszusprechen lila recht wenig angriff sehr hohe verteidigung sehr hohe lebenspunkte das wird ein tank langsam er beschwört einen soldaten für jeden verbündeten 9 prozent angriff und 14 prozent 9 prozent lebenspunkt und 14 prozent angriff das ist nicht viel das sind schwache minions jedes mal die geben dem g dem besitzer die fähigkeit counter also gegenschlag mit 30 prozent des erhaltenen schadens solange der besitzer so einen soldaten hat also die minions sind schnell weg 9 prozent sind nicht viel das sind bei ihm ungebrankt und ohne wappen sind das weniger als 150 lebenspunkte das hat die stärke oder da sind die ungefähr die stärke von den zombie minions vom minion krieg zusätzlich beschwert er noch einen fiend für den gegner ja 50 prozent jede runde okay muss man sagen ist nicht so viel 14 prozent angriff und davon noch mal die hälfte da kommt nicht viel schaden rum muss ich sagen finde ich relativ schwach der helz war lange durch aber den finde ich relativ schwach shangfei männlich 848 angriff das ist ungefähr so viel wie die ganzen helden in der season 5 haben die top scorer verteidigung 750 ist sehr niedrig auch die lebenspunkte unter 1400 krieg schnell 530 auf das ziel mal ist also ein sniper und alle verbündeten reflektieren status alignments zurück die die attacke reduzieren für drei züge so viele die attacke reduzieren haben wir eigentlich nicht horgal etc so viele sind es nicht die mir spontan einfallen hannas minje fienz die machen diesen effekt und das hieße eigentlich sie würden das reflekten obwohl sie so lange die dinger nicht geheilt sind in jedes mal wieder bekommen hm ich weiß nicht wie das geregelt ist sieht nach einem erstmal unlösbaren problem aus könnte auf jeden fall interessant sein auf jeden fall gelber sniper mal wieder aktuell muss ich sagen finde ich au da deutlich besser schon kommen feuer 780 angriff 788 verteidigung hohe lebenspunkte mit 14 81 mittlere geschwindigkeit 340 prozent auf drei ziele das ist viel wenn man mal guckt aktuell der monat zählt macht 315 auf das haupt ziel und auf die beiden daneben weniger also die hälfte so dass zusammen dann nur 630 schaden prozent zusammen kommen und hier kommen ja 1020 prozent schaden insgesamt rum auf drei ziele auf verteilt das ist schon nicht schlecht zusätzlich beschwörte einen soldaten mit schwachen lebenspunkten und 18 prozent angriff jeder hit von diesen minions alter schwede macht 180 brandschaden über drei züge das ist im endeffekt bera mittel schaden auf drei ziele beras minions sind allerdings härter nun muss man dazu sagen dadurch dass sie die ganzen soldaten ja den familienbonus haben dass wenn die minions getötet sind werden dass sie geheilt werden kommt es ja gar nicht darauf an dass sie die minions lange haben und als schutzschild dienen sondern sie werden davon ja auch ein bisschen geheilt das heißt im endeffekt bringen meiner meinung nach bessere minions mehr aber es ist zumindest eine interessante mechanik und dies hier mit 180 schaden brand über drei züge ist nochmal cool ich erinnere an russell ich erinnere an russell russell würde sich da durchaus auch freuen in diesem team mit ihm zusammen zu spielen leo bei wie hieß chaujan fahrt in crouching tiger in dragon hieß der nicht ah ne der hieß li mu bei so hieß der ja genau ok also grün 805 angriff verteidigung 780 ja angriff gut verteidigung ein bisschen auch gut leben ein bisschen wenig würde ich fast sagen natur droide zusätzliche chance auf minions beschwören ne damit greift der familienbonus im hinterkopf haben mittlere mana geschwindigkeit 345 auf drei ziele gucken wir nochmal wie hoch war der eben der hatte 340 auf drei ziele der macht also nochmal ein bisschen mehr hat auch 19 prozent lebenspunkte die minions und 17 prozent angriff vergleichen wir mal direkt 9 prozent lebenspunkte ja 1 prozent leben mehr dafür 1 prozent angriff weniger und jedes mal solange die minions da sind hat der verbündete gegenschlag mit 30 prozent des schadens den er bekommt solange der soldat da ist und dieser effekt kann nicht beendet werden das dieser reflekt das ist so netter beigeschmack für ein bisschen wir hauen nochmal ein bisschen zurück aber das ist nicht ausschlaggebend was wichtig ist 345 auf drei ziele für mittel und zusätzlich noch ein bisschen lebenspunkte und schaden durch die minions das reflekt ist ein netter nebeneffekt aber jetzt nicht so hammermäßig ne wenn ich mir jetzt ferrand angucke glaube ich mit 125 oder 100 oder 80 was die anderen helden machen damit kann man jemanden töten das hier da kommt nicht viel bei rum das muss jedem klar sein das ist nett aber es wird nicht spielentscheidend sein ganju 815 angriff ja das ist ordentlich verteidigung 764 ist fast ein bisschen niedrig im vergleich zu den anderen lebenspunkten okay paladin gleicht in die niedrige verteidigung aus auch mittlere mana geschwindigkeit 390 prozent auf drei ziele damit haben wir aktuell den höchstwert was das angeht der schaden geht an den minions vorbei und die drei ziele bekommen minus 25 verteidigung und weitere minus 3 prozent verteidigung für jedes minion was der gegner besitzt oh was alle gegner besitzen okay sodass da insgesamt bis zu 70 prozent minus 70 prozent verteidigung rauskommen können wie soll das denn gehen man kann auch nicht mehr als drei minions haben so heißt 15 minions 15 mal 3 sind 45 und 45 plus 25 sind 70 ja das macht Sinn ich habe mich im kopf verrechnet ja und der effekt kann nicht entfernt werden das ist ähm das ist heftig weil nämlich verteidigungs malos der nicht runtergehen kann für drei züge das ist heftig das wird zwar vom ausgleichskrieg runtergenommen aber ansonsten nicht das finde ich ist heftig kann man ganz klar sagen krasses ding ja epische hellen mittlere geschwindigkeit zerstöre alle fiends von allen verbündeten und 625 geboostete lebenspunkte kann also höher gehen das heißt besser als gulembusti der nur 400 macht dafür macht gulembusti schaden gulembusti würde ich weiterhin im entzauberungskrieg nehmen bei allen anderen varianten oder wenn ich gegen viele vier fiends antrete würde ich quasi sie nehmen warum sie sie ist erstens ein bisschen schneller mit mittlerer geschwindigkeit und zerstört natürlich die fiends das heißt sie brauchst nicht weg heilen und zusätzlich erhöht sie das leben das ist schon nicht schlecht also sie würde ich durchaus haben wollen zumal es ein weiterer vier sterne heiler ist und der blöde diondre vom starfall circus bisher nicht erscheinen wollen würde und da ich ihn unbedingt haben wollen würde eigentlich wegen der zusätzlichen mana regeneration muss ich ganz klar sagen hallo schätzchen komm zu papa und ich beschwör definitiv nicht mehr beim stern zur kurs schu juhu feuer mittlere geschwindigkeit 335 auf das ziel zusätzlich beschwörte ein minion mit acht prozent lebenspunkt und 18 prozent angriff und jeder hit von so einem soldaten macht 147 brandschaden über drei züge neuer held für richtig vier sterne monats events oder auch generell blutige events turniere richtig gut und natürlich wer keinen brandschaden auf alle hat hier nochmal ein anwärter für russell kombination spiel spoiler im krieg hat die kombination russell clarissa und emilio wieder einen sieg davongetragen obwohl es wieder ein zauberungskrieg war dann haben wir den nächsten krieger vier sterne in blau schnell 305 schaden auf ein ziel das ist schon mal nicht schlecht und er beschwört auch wieder ein soldaten und zwar 14 prozent lebenspunkt 20 prozent angriff für ein vier sterne hellen wenn man bedenkt dass die anderen oben teilweise unter zehn prozent lebenspunkte hatten ist das schon relativ viel natürlich hat er auch weniger lebenspunkte aber trotzdem für vier sterne ist das relativ viel und jeder treffer von dem minion entfernt alle entfernbaren buffs vom ziel das ist natürlich deutlich besser als eine sonja und das heißt wenn man ihn hier bekommt würde definitiv sonja bei mir ersetzt werden zumindest um beim gegner die buffs runter zu nehmen deutlich besser hier und das heißt dass es immer mehr optionen gibt im vier sterne krieg minions einzusetzen und das ist schon eine heftige nummer ich habe mich so gefreut dass ich buddy weihnachten hatte und da ging es mir drum und jetzt ist er eigentlich vollkommen egal weil es deutlich bessere vier sterne minions gibt minion geber gibt auch ja ist egal ist nur weil das hamsterrad dreht sich hätte ich mir sparen können den zweiten buddy werde ich nicht leveln er wird wer direkt verfüttert ja danach haben wir nochmal ebenfalls schnell vier sterne ich bin ja nicht so gut aufgestellt was vier sterne angeht für monatliche events deswegen bin ich da sehr froh 280 prozent auf drei ziele und die gegner bekommen minus 44 verteidigung und weitere minus 4 prozent jedes mal wenn sie während drei züge getroffen werden das ist super und vor allen dingen ist das meine chance auf einen brauchbaren wilbur ersatz und da muss ich ganz klar sagen die atlantis coins die haue ich irgendwann noch mal raus aber dann bin ich nicht sauer wenn wilbur nicht kommen sollte wenn ich hier bei groß beschwören sollte hoffe ich dass er kommt und dann brauche ich nie wieder zu hoffen auf atlantis dann wird atlantis nur noch zum farm genutzt und es ist mir egal was da vorgestellt ist muss ich ganz klar sagen also die sind schon nicht schlecht diese kombination aus minions das macht spaß heißt natürlich anti minions weiterhin super und das heißt auch dass beim seelentausch im februar scuddy dann sehr wahrscheinlich doch für 20 legendäre helden für viele interessant wird und das wiederum muss ich sagen finde ich gut dann haben wir noch 33 sterne hellen blau mit der geschwindigkeit 215 auf drei ziele bin jetzt beschworen auch wieder hammerhart 14 leben 20 prozent angriff jeder hit entfernt die bachs kennen wir von dem vier sterne hellen quasi da haben sie sich nicht viel neues einfallen lassen dann haben wir schnell krieger 290 auf 1 ziel minion beschworen 9 prozent lebenspunkte 17 prozent angepasst also nicht so gut wie eben aber trotzdem und hier kommt wieder diese counter attack mit 30 prozent zustande ja dazu habe ich eigentlich alles schon gesagt und dann dann haben wir noch langsam paladin in rot 160 auf alle gegner minions beschworen und die machen brandschaden 108 also der brandschaden und langsam ist nicht so super die minions sind okay auch dass sie den brandschaden hinterlassen heißt reinigung auf den eigenen leuten wird immer wichtiger oder verhindern dass man überhaupt die was bekommt ich sag mal so Emilio Emilio ich hab Emilio finde ich voll geil Emilio gefällt mir da richtig gut bei da gibt es pro etage 3 4 und 5 durchaus einiges was ich haben wollen würde die grafiken gefallen mir auch ja ich habe schon immer diese alten hongkong streifen gemocht nicht nur die kung fu filme sondern auch diese historischen sachen diese alten mongolen china filme mega und das ist genau dieser style auch im lab finde ich das mega cool wenn da gibt es ein paar chinesen gruppen die dann auch mit diesen rüstungen rumlaufen und in seide und sieht mega cool aus und das ist eine schöne auch geschichtliche periode was alles passiert ist ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht das wird euch nicht interessieren aber ich fand es cool kann ich nur raten wenn es interessiert aber ein bisschen nachzulesen sehr interessante Epoche insgesamt finde ich die helden natürlich gut logisch überwiegend ein paar sagen wo ich sage aber die meisten sind toll kann man nichts dran ändern aber sind halt auch wieder massig neue helden das sind drei waren das wie viel haben wir bei den vierern sieben plus acht fünfer heißt 15 neue helden plus die zwei ninjas heißt 17 neue helden plus den hält des monats sind wir bei 18 neuen helden in einem monat im märz kommt season 5 und die kostüme für spring well also für ostern sehr wahrscheinlich das ist eine hausnummer das rad dreht sich weiter aber die helden sind halt gut logisch neue neu und gut also man muss sich überlegen wo welcher spielstil einem am besten gefällt und da muss man da gucken und hoffen ganz klar man kann nicht überall beschwören also ich kann das nicht wo ich eingangs schon gesagt hatte mein account ist auch klein und ich kann es nicht also 50 euro im monat ist okay und das reicht nicht mal für jeden monat all in bespörend klappt einfach nicht trotzdem vielen dank an alle die mir die treue halten und für diejenigen die noch bis das video bisher geschafft haben nochmal der hinweis die bilder von den helden sind bei mir in der line gruppe verfügbar vielen dank fürs zuschauen wem es gefallen hat einen daumen nach oben und lasst mir ein abo da wenn ihr es noch nicht gemacht habt macht's gut tschüss